Das Rollladenteam in Reichenau an der RAX bietet individuelle Lösungen in Sachen Sonnen-, Sicht- und Wetterschutz. Tolle Qualität zu günstigen Preisen. Wie das geht? Chefin Jojana Boros hat das perfekte Rezept dafür. Das umfangreiche und sorgfältig ausgewählte Sortiment des aufstrebenden Unternehmens wird in EU-Nachbarländern wie Ungarn, Polen und der Slowakei hergestellt, wo die lange handwerkliche Tradition für hervorragende Erzeugnisse steht. Ob Rollläden, Markisen, Plissés oder RAV-Stores. Die Qualitätsprodukte glänzen durch erstklassige moderne Verarbeitung und exakte technische Passform. Für den Außenbereich bietet das Rollladenteam auch hochwertige Fenster, Türen sowie Garagentore an. Lamellenvorhänge, Innen-Jalousien und Insektenschutz in wunderschönen Farbvariationen ergänzen das Angebot des Unternehmens. Top-Beratung und Verarbeitung dank langjähriger Erfahrung. Zusätzlich gibt das Rollladenteam satte 5 Jahre Garantie.